Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Heute haben wir nochmals die letzte Transferfolge und wir sehen, zwei Spieler sind abgereist für Nationalspiele, und zwar Hunyang Malanda Belgien und Yusuf Pausen Dänemark, das ist okay. Ein Angebot für Julian Kopp, 7,5 Millionen von Dynamo Moskau, müsste man eigentlich annehmen, aber hättet ihr wohl gern auch Bremen, nochmals mit einem Angebot. Und FC Barcelona. FC Barcelona will sich Mamadou Tunkara kaufen. Hm, für 5,5 Millionen. Ja, leider muss ich ablehnen, weil Tunkara bei uns bleibt oder noch nicht zum Verkauf steht, sagen wir es mal so. PSG akzeptiert 9,5 Millionen. Geil. Aber der will 90.000, ey. Oh, interessant. Da muss ich gleich nochmal was machen. Aber auch die, äh, äh, guten, weiß nicht wer, aber Parrington auch. Banner Parrington akzeptiert die Spurs nicht. Vertragsverlängerung freut sich. Alomerovic, Anfrage, lasst Gelsen zu. Okay. Jetzt haben wir zwei Angebote, die akzeptiert wurden. Danke, Chef Politano. So, ähm, da brauche ich jetzt aber unbedingt eine, unbedingt eine Budgeterhöhung von 3 Millionen. Das müssen sie mir geben. Bitte, ich brauche die Kohle. Ach, scheiße. Ich habe so das Gefühl, dass es richtig schief geht. Ich brauche jetzt hier 90.000 für den guten, wo ist er? Marginos, 90.000. 10% 4 Jahre. Und bei uns wird er auch wichtiger Stammspieler. Hoffentlich kommt er. Well, cool. Und hier werden wir auch gleich noch akzeptieren. Der will nur 2.000. Da werde ich aber auch nicht mal, da werde ich nicht mehr als 10.000 geben. Zwar 4 Jahre und bei uns wird er auch essentieller Stammspieler. Ben Parrington. Mal schauen, ob der auch annehmen wird. Ich denke zwar nicht, weil, ich weiß nicht. Ihre Anfrage zu Piragi, 7 Millionen. Ben Parrington abdiktiert. Okay, das können wir ja annehmen schon das erste Mal. Ben Parrington, ähm, neu bei uns. Äh, das heißt, das können wir streichen hier. Auch das. Transferangebot für Julian Korb. 9,5 Millionen. Also mittlerweile muss ich ja wirklich annehmen. Vardy Tunkara von Ebay und auch noch Salzburg. Lassen wir alles einfach so stehen. Die werden irgendwann sagen, hey, die antworten nicht. Schade. Jetzt brauche ich aber nochmals ein bisschen mehr Gehaltsbudget, meine Freunde. Und zwar nochmals. Ja, 90.000. Ganz klein, wenig nach rechts. Äh, nach links, Entschuldigung. 90.000, was habe ich gesagt? 10% für Jahre. Möchte eine größere Rolle im Verein spielen? Jaja. Hättest du wohl gerne. Ähm, aber wir können jetzt mittlerweile auch wieder jemanden verkaufen. Denn wir haben... Linksverteidiger. Abnahm ist ja neu gekommen. Ich werde jetzt einfach sagen, Abner kann gehen, weil wir haben jetzt Adnan und Perrington und die sind einfach besser. Adnan hat wirklich gut gespielt. Muss ich ihm ja mal sagen. Wir verpflichten hier noch Perrington. Darbo geht zu Fortuna. Hansen zu RCL Lanz, oder wie das heißt. Wir sehen nochmal hier ein bisschen, was die anderen so gemacht haben. Müller, Millik gegangen. Wilson gekommen. Kakawa wird gegangen für 24. Ruben Neves. Hier Fortuna hat auch richtig eingekauft, aber auch gut verkauft. Auch Augsburg hat richtig Gas gegeben. Harte hat es haben die sich ja geholt. Mulder hat zu Bayern und Starke auch ausgeliehen alles. Garcia, Müller. Jetzt kommen dann gleich wir. Bobadela und Rida sind gegangen. Und wir 20 Millionen ausgegeben, 4 bekommen. Das ist ein bisschen krass. Valanda, 13 Millionen bei Wolfsburg, die nicht so viel gemacht haben. Ja, jetzt mal schauen. Eine E-Mail. Abgelehnt. Mir gefällt es ja nicht, man könnte mich überzeugen. 92, so. Zack, hier. Komm schon, Marginos. Mach mich nicht fertig. Wäre wichtig, wenn wir da noch abgelehnt. Ach, scheiße. Julian Korb. Ich werde jetzt einfach künftig untersagen. Korb wird einfach nicht gehen. Und auch Zunkara wird nicht zu den BSC Young Boys gehen. Abgelehnt. Ich lehne jetzt dann gleich deine Mutter ab. Und ich habe doch langsam hier eine Finanzspritze verlangt. Und wo ist die? Ja. 7 Millionen. Ne, machen wir mal 2 Millionen. Fragen nochmals um dieses Geld. Ich brauche es. Ich muss jetzt auch hier nochmals ein bisschen das Budget erhöhen. Sodass man mehr, 5000 mehr gehen kann für Marginos. Den ich jetzt unbedingt irgendwie haben will. Ne, 20% ist ein bisschen zu viel. Aber das müsste er mittlerweile annehmen. Ich meine, der Moral ist auch nicht gerade gut bei ihm. Sonst werde ich es dann noch bei Inter probieren. Abgelehnt. Willst du mich verarschen? Boah. Erneutes Angebot für Mama Dutunkara von Berlin. Ähm. Was machen wir jetzt? Hm. Was machen wir jetzt? Geben wir mal 8000 mehr. 4 Jahre. Essentieller Stammspieler. Hm. Ich muss den bekommen. Ich muss ihn einfach bekommen. Äh. Ne. Das wollte ich nicht. Hier so. Irgendwas noch passiert. Abraham hat gewechselt. Hoffmann. Abgelehnt. Hm. Ich habe nicht mehr Geld. Und die Finanzspritze wird auch nicht mehr kommen. Ah. So. Zambrano hat irgendwie gewechselt zu Florenz. Habe ich das gerade so gesehen. Im Augenwinkel. Ruben Kazan will noch mal so ein bisschen was für Dutunkara ausgeben. Aber. Ist nicht. Ja. Wir sehen. 12 Millionen. Und vielleicht gibt es hier noch was Interessantes. Lukas Laiva. Das ist auch ein geiler Spieler. Neto. Neto. Hoffmann. Hm. Aber es wäre jetzt echt gut, wenn wir diesen verdammten Marquinhos verpflichten könnten. Aber unsere Finanzspritze wird leider nicht kommen. Deshalb sehe ich das da nicht gerade gut für uns. Dutunkara jetzt. Nervt mich nicht mit diesem Dutunkara. Ich muss jetzt schon fast jeden Spieler blocken. Und ich werde es nochmals versuchen. 98. 20%. Essentieller Startspieler. Mehr kann ich nicht geben. Weil sonst kann ich ihn ja nicht bezahlen. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht bezahlen können. Benzema wechselt von Chelsea zu Dortmund. Das ist sicherlich krass. Hey, du wirst mich verarschen. Das ist so ein Sturkopf, ey. 51 Millionen. Das gibt es jetzt zu toppen. Das wäre jetzt echt noch cool, wenn ich auch noch jemanden verkaufen könnte. Weil ich meine, hier zwei verlieren und abnäher. Den will ich noch loswerden, weil sonst geht er mir auf die Nerven. Jetzt ist noch ein Angebot gekommen. Für... 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 Was ist mit Jettlin? Ich verstehe irgendwas nicht. Der will zu Juventus. Okay. Ja, ich habe leider nicht 12 Millionen. Also, ich glaube, ich kann mir da eigentlich niemanden mehr leisten. Ach, nicht so erfolgreich diese Transferphase. Schade. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ach, und da passiert eigentlich auch nichts mehr. Also, letzte Transferphase vorbei. Ach, wir haben immer noch irgendwelche Jugendspieler, die wir eigentlich verkaufen, hätten verkaufen müssen. Abgelaufen, Trainingsverletzung von Katschunga. Wird fünf Tage ausfallen. Das geht ja noch. Hier zwei Jugendspieler sind nicht gerade Bombe, aber egal. Wir schauen, was hat der noch. Emre Can ist der noch am anschauen. Chambers sieht gar nicht gut aus. Ja, sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus, dieser Trainman. Ja, Marquinhos hat er ja fertig angeschaut, oder? Das heißt, den können wir auch verbücken. Alles weg hier. Yatlin hat er auch schon angeschaut. Der auch. Emre Can ist der einzige jetzt noch. Und hier Taider. Taider sieht auch ganz, ganz stark aus. Mittlerweile 24. Ikari hat er auch schon längst abgedingselt. Aber Taider wäre sicherlich auch noch. Mal auf meine Wunschliste. Ah, jetzt habe ich den weggetan. Scheiße. Egal. Brauchen wir nicht mehr. Dann würde ich jetzt sagen, Carsten Bukmann bedankt sich noch bei mir. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für euch. Für euch, Mann. Ne, hier Emre Can auch am Ende der Abschlussbericht. Schauen wir uns jetzt nochmals diese Talente an, die ja nicht wirklich bombastisch sind. Hallo Trainer. Ich möchte Ihnen dafür danken, mich wieder mehr einzeln zu spielen. Für mich alles cool. Und auch die hier sind eher nicht so begeistert. Aber ich bin begeistert von euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Und schaut euch einfach morgen wieder ein, beim Spiel gegen Frankfurt. Da wird es auch wieder sehr viele Tore geben, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Und ja, einfach mal die Videobeschreibung durchlesen. Also, bis morgen. Auf Wiedersehen.